Francine Geordi, geborene Francine Lehmann, geboren am 24. Juni 1977, ist eine berühmte Schweizer Popsängerin. Mit ihrem Talent und ihrer Leidenschaft für Musik seit ihrer Kindheit hat sich Francine nicht nur in der Schweiz, sondern auch in vielen anderen Ländern schnell einen Namen in den Herzen des Publikums gemacht. Doch neben ihren glänzenden Erfolgen auf der Bühne musste sie auch eine Liebesgeschichte voller Tragödien und Leid durchleben. Francine heiratete 2009 ihren Mann, einen Mann, von dem sie glaubt, dass er bis zum Ende bei ihr bleiben wird. Ihre Ehe begann mit Versprechen und Hoffnungen, aber wie alle Ehen war sie nicht immer voller Freude und Glück. Nach einer Weile tauchten Schwierigkeiten und Herausforderungen im Leben auf, die ihre Liebe und ihr Vertrauen zueinander auf die Probe stellten. Francine hatte aufgrund ihres vollen Terminkalenders und des Arbeitsdrucks Schwierigkeiten, Beruf und Familie unter einen Wut zu bringen. Aus zunächst kleinen Konflikten werden nach und nach größere Konflikte, die zu ungelösten Auseinandersetzungen und Meinungsverschiedenheiten führen. Trotz großer Bemühungen, ihre Ehe zu retten, konnten Francine und ihr Mann diese Hürden immer noch nicht überwinden. Die Einsamkeit und der Schmerz, Zeuge des Scheiterns ihrer Ehe zu sein, trafen Francine zutiefst. In einem Interview erzählte sie einmal, dass diese Zeit eine der schwierigsten Zeiten in ihrem Leben war. Jedes Mal, wenn sie die Bühne betritt, muss Francine versuchen, ihren Schmerz zu verbergen und dem Publikum ein starkes Bild zu vermitteln, doch innerlich ist ihr das Herz gebrochen. Nach der Scheidung stand Francine vor vielen Veränderungen und neuen Herausforderungen. Sie muss lernen, alleine zu leben und die Schwierigkeiten zu überwinden, die sie zuvor mit ihrem Ehemann geteilt hat. Doch dank der Liebe und Unterstützung von Familie, Freunden und Fans überwand Francine nach und nach den Schmerz und fand wieder die Balance in ihrem Leben. Francine nutzte Musik auch als Mittel, um ihren Emotionen freien Lauf zu lassen und ihre Geschichte mit dem Publikum zu teilen. Die Lieder, die sie in dieser Zeit komponierte, enthielten alle ihre Gedanken, Gefühle und Hoffnungen auf eine bessere Zukunft. Durch die Musik heilte Francine nicht nur ihre eigenen emotionalen Wunden, sondern inspirierte auch viele andere, die mit Schwierigkeiten im Leben konfrontiert sind. Obwohl ihre Ehe unvollständig war, hielt Francine an ihrem Glauben an die Liebe fest. Sie glaubt, dass jeder eine zweite Chance verdient, wahres Glück zu finden. Für sie ist das Leben eine Reise voller Herausforderungen, aber auch voller Möglichkeiten zum Lernen und Wachsen. Derzeit setzt Francine ihre Musikkarriere fort und ist ständig auf der Suche nach Freude und Glück im Leben. Sie ist zu einem Symbol für Widerstandskraft und Entschlossenheit geworden und beweist, dass Menschen trotz aller Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert sind, dennoch aufstehen und weiter vorankommen können. Die Geschichte von Francine Geordi ist ein klarer Beweis dafür, dass Liebe zwar Schmerz verursachen kann, es aber auch die Liebe ist, die uns hilft, alle Herausforderungen zu meistern und am Ende des Weges Licht zu finden. Für Francine sind Sterne nicht nur funkelnde Himmelskörper am Nachthimmel, sondern auch wichtige Elemente im Leben und in der Liebe. In einem exklusiven Interview mit uns bei der Veranstaltung, Schlagersternen Mallorca, teilte sie ihren starken Glauben an persönliche Horoskope und die Rolle des Universums bei emotionalen Entscheidungen. Francine Geordi zögert nicht zu verraten, dass sie die Entwicklungen der Planeten und Sterne stets verfolgt und dies zu einem unverzichtbaren Bestandteil ihres täglichen Lebens geworden ist. Ihrer Meinung nach sind Horoskope nicht nur ein Werkzeug, um die Zukunft vorherzusagen, sondern auch eine Orientierungskarte, die ihr hilft, sich selbst und die Beziehungen um sie herum besser zu verstehen. Francine teilte mit, dass sie jedes Mal, wenn sie eine wichtige Entscheidung trifft oder auf Schwierigkeiten im Leben stößt, oft auf Horoskope zurückgreift, um Rat und Orientierung zu suchen. Der Glaube an das Universum und die Sterne hatte auch großen Einfluss auf Francines Liebesleben. Sie glaubt, dass Liebe nicht nur eine Emotion, sondern auch eine tiefe Verbindung zwischen Seelen ist, die von kosmischen Kräften kontrolliert wird. Francine glaubt, dass eine perfekte Ausrichtung der Planeten ein Zeichen wahrer und starker Liebe ist. Dies hat ihr geholfen, einen optimistischen Geist zu bewahren und ihr Herz für neue Möglichkeiten in der Liebe zu öffnen. Francine Geordi bleibt nicht nur bei persönlichen Überzeugungen stehen, sondern ermutigt ihre Fans auch, die Welt der Sterne und Horoskope kennenzulernen und zu erkunden. Sie glaubt, dass Menschen auf diese Weise Gleichgewicht und Harmonie im Leben finden und sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen können. Francine betont, dass die Beobachtung der Sterne nicht nur uns hilft, uns zu entspannen und Frieden zu finden, sondern auch neue Türen für persönliches und spirituelles Wachstum öffnet. Bei der Veranstaltung, Schlagersternen Mallorca, hatte Francine Geordi die Gelegenheit, mehr über ihre Ansichten zur Liebe und zum Universum zu erzählen. Im Laufe der Jahre, sagte sie, habe sie gelernt, den Sternen als Orientierungshilfe zu vertrauen und in den Botschaften des Universumstrost zu finden. Francine erzählte, dass es Zeiten gab, in denen sie sich verloren fühlte und nicht wusste, was sie tun sollte, aber dank ihres Glaubens an Horoskope und Sterne fand sie den richtigen Weg und ging stetig voran. Francine Geordi hat auch nicht vergessen, alle daran zu erinnern, dass der Glaube an die Sterne und Horoskope uns zwar helfen können, die Richtung zu finden, das Wichtigste aber immer noch der Glaube an uns selbst und die Fähigkeit ist, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Sie behauptet, dass jeder die Freiheit und Fähigkeit hat, sein eigenes Leben zu gestalten, und dass Stars nur ein kleiner Teil dieses Prozesses sind. Es ist wichtig, dass wir immer auf den Ruf unseres Herzens hören und ständig danach streben, unsere Träume und Sehnsüchte zu verwirklichen. Während des Interviews erzählte Francine Geordi auch von ihren Zukunftsplänen. Sie sagte, sie werde ihre Musikkarriere weiter verfolgen und gleichzeitig mehr über die Welt der Sterne und Horoskope erfahren. Francine möchte ihre Fans inspirieren und ihr Wissen mit ihnen teilen, um ihnen dabei zu helfen, Freude und Frieden im Leben zu finden. Für Francine Geordi ist die Sternenbeobachtung nicht nur ein persönliches Hobby, sondern auch ein wichtiger Teil der Reise, sich selbst und die Welt um sich herum zu entdecken. Sie hofft, dass sie durch ihre Erfahrungen und den Austausch den Menschen eine neue und positive Sicht auf das Leben vermitteln und sie dazu ermutigen kann, die Welt der Sterne und Horoskope kennenzulernen und zu erkunden. Francine glaubt, dass wir den Weg zu Glück und Erfolg im Leben finden werden, wenn wir wissen, wie wir uns mit dem Universum verbinden und uns selbst verstehen können. Pünktlich am Montag 4. Juli 2016 sorgte Francine Geordi mit einer neuen Sendung namens »Nur für dich« für einen besonderen Anlass im Fernsehen SRF Erste. Mit ihrer Popularität in der Schweizer Musikindustrie und den Medien glänzte Francine Geordi als Moderatorin und bot dem Publikum einen interessanten und nützlichen Unterhaltungsraum. Just for You ist nicht nur ein regelmäßiges Unterhaltungsprogramm, sondern auch ein Treffpunkt für emotionale Geschichten und wenig bekannte Geheimnisse berühmter Gäste. Von Lebensgeschichten bis hin zu Karriereerfolgen hat die Show eine freundschaftliche und enge Atmosphäre zwischen Moderator und Publikum geschaffen. Francine Geordi hat mit ihrer Begeisterung und ihrem Talent dazu beigetragen, dass das Programm nicht nur ein ideales Ziel für Unterhaltung ist, sondern auch, um mehr über die erfolgreichen und talentierten Menschen dieses pulsierenden Landes zu erfahren. Momente im Fernsehen sind nicht nur Geschichten, sondern auch unvergessliche und inspirierende Erlebnisse für das Publikum. Mit einem vielversprechenden und erfolgreichen Start an einem so besonderen Tag sang die Sendung, Just for You, ihr erstes Lied und lud das Publikum ein, an einer reichhaltigen Reise durch alltägliche Geschichten und die herausragenden Leistungen der Gäste teilzunehmen. Mit dem Geist der Offenheit zum Empfangen und Teilen hat Francine Geordi dazu beigetragen, ein besonderes Fernsehprogramm zu schaffen, einen Ort zum Austausch, zum Lernen und zum Genießen der wunderbaren Momente des Lebens. Francine Geordi ist eine der prominenten Persönlichkeiten der Schweizer Musikindustrie, bekannt für ihre vielfältigen musikalischen Talente und ihre farbenfrohe Karriere. Im Jahr 2002 hatte sie die Gelegenheit, die Schweiz beim Eurovision Song Contest zu vertreten, einem großen Musikereignis, das die Aufmerksamkeit von Millionen Fans in ganz Europa und der Welt auf sich zog. Mit dem Lied «Donc les jardets de Montvigne» brachte Francine Geordi ein tiefes, nachdenkliches und hochemotionales französisches Lied. Der Text beschreibt einen Garten der Seele, in dem die Gefühle und Gedanken des Sprechers zart und tief ausgedrückt werden. Die Kombination aus Francine Geordis emotionaler Stimme und sanfter Melodie machte dieses Lied zu einem der unvergesslichen Eindrücke bei diesem großen Wettbewerb. Mit ihrem Selbstvertrauen und ihrem schauspielerischen Talent lieferte Francine Geordi in Tallinn einen künstlerischen und professionellen Auftritt ab. Sie erregte die Aufmerksamkeit der Jury und des Publikums, indem sie eine perfekte Kombination aus tiefem Gesang und natürlichem Schauspiel zeigte, einen starken Eindruck hinterließ und Spuren in den Herzen der Musikfans hinterließ. Unabhängig vom Endergebnis des Wettbewerbs trug Francine Geordis Teilnahme am Eurovision Song Contest 2002 dazu bei, ihre Musikkarriere auf ein neues Niveau zu heben. Nach diesem Wettbewerb entwickelte sie ihre Karriere mit vielen vielfältigen und erfolgreichen Musikprodukten weiter und festigte ihre Position nicht nur im Inland, sondern auch auf internationaler Ebene. Francine Geordi ist nicht nur eine hervorragende Sängerin, sondern auch eine Ikone der Schweizer Musik, mit der Fähigkeit, Musik zu liefern, die in Genre und Emotion vielfältig ist. Ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest trug zur Bereicherung der europäischen Musikkultur bei und hinterließ bei Musikliebhabern auf der ganzen Welt einen tiefen Eindruck. Das Album »Francine Geordi«, das den gleichen Namen wie ihr Leben trägt, ist eine der herausragendsten Errungenschaften in Frankines musikalischer Karriere. Dieses 1998 erschienene Album verschaffte ihr nicht nur großen Ruhm, sondern festigte auch ihren Status als einer der hellsten Stars der Schweiz. Mit Liedern wie »Das Feuer der Sehnsucht« »Komm doch mal rüber« und »Die Liebe bleibt« verkörperte Francine Geordi das Bild einer starken Frau unwiderstehlich Charisma und Charme. Neben ihrer Musikkarriere ist Francine Geordi auch als Fernsehmoderatorin, wohl Tätigkeitsmitarbeiterin und Teilnehmerin vieler sozialer Aktivitäten bekannt. Sie ist stets bestrebt, ihre Fans zu inspirieren und zu lieben, und ihr selbst betiteltes Album »Francine Geordi« ist der deutlichste Beweis ihrer farbenfrohen und talentierten Karriere. Francine Geordis Leben ist nicht nur ein durchschlagender Erfolg auf der Bühne, sondern auch ein unermüdlicher Einsatz, der Gemeinschaft bedeutungsvolle Werte zu vermitteln. Mit ihrer vielseitigen Karriere und ihrer Liebe zur Musik hat sie die Herzen vieler Fans erobert und das Album »Francine Geordi« ist ein brillantes Statement über die Karriere und das Leben eines unmöglichen Stars, der in der europäischen Musikindustrie in den Vereinigten Staaten landete. Der Song wurde mit einem Academy Award für den besten Grammy Award ausgezeichnet und sicherte Dior ihren ersten Grammy Award für die beste Pop-Performance eines Duos oder einer Gruppe mit Gesang. Dieser Erfolg ebnete den Weg für ihr 1992 erschienenes selbstbetiteltes Album, das sich durch eine Verschmelzung von Pop-Rock, Soul und klassischen Einflüssen auszeichnete. Unterstützt durch den Erfolg der Lead-Single und die Zusammenarbeit mit David Foster und Diane Warren, übertraf das Album »Unison« in kommerzieller Hinsicht und wurde in Kanada mit Diamant und in den Vereinigten Staaten mit Doppelblatt hinausgezeichnet. »If You Ask Me To«, eine Cover-Version des Songs von Patsy Labelle, erreicht in Kanada die Spitze der Charts und in den Vereinigten Staaten Platz 4 der Billboard Hot 100. Gleichzeitig veröffentlichte Dior das französischsprachige Album »Dior Chanté – Plan Mondant«, das neben vier Original-Teams